Mit dem Ball am Fuß, Richtung Gegner durch das Tor. Suat Serdar! Nicht drehen, aber das war knapp. Gefährlich! Geht er rein! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen Klasse. Jetzt die Ecke. Nee, 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 keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr raus machen, das ist doch harmlos. Und die Chance! Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gute Aktion vom Torhüter. Und das gibt schon wieder Ecke. Ball läuft gut. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ganz starkes Tor. Einfach mal mit dem Fallrückzieher versuchen. Richtig guter Abschluss. Felix Klaus. Er versucht's. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Jetzt der Eckball. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Klasse abgewehrt hier der Elfmeter von Schweinsteiger. Und wieder gibt's der Elke. Ein Elfmeter. Ich hoffe's. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020